Nee, jetzt, oder? Äh, warte mal. Ja? Wieso bauen wir das hier eigentlich alles ab? Weil wir einen riesigen Wohlraum haben wollen. Jede? Ober-Erdig ein bisschen kleiner machen. Nö, jetzt nicht mehr. Wie morgen nicht mehr. Nö. Das seh ich ja mal gar nicht ein. Nö. Keine halben Sachen. Dann dauert das hier halt ein bisschen länger. Verleg dir das mal. Ja. Gau dich mal hier hoch. Ne, guck dir das an. Ich hab ne Minimap, Junge. Und das ist nur ein Viertel. Okay, vielleicht machen wir die Pyramide doch vier schmaler. Ja. Oder fünf. So, so. Ich geh da mal da hinten was abbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, so. Zwo. Aber spackt bei dir Inventory-Tweaks auch. Manchmal ein bisschen rum. Fünf. Fick dich, Skled. Verschwinde. Ne. So. Ich würd sagen, wir machen das Ganze zehn weniger. Zehn. Jetzt hab ich schon fünf weniger und hab die Reihe schon gezogen. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Also das hier sind fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Weißt du wie klein die Pyramide dann auf einmal ist? Dann darf ich nochmal ganz viel Sand aufschütten. Ne. Äh, so. Aber gut, die wird auch sonst zu riesig nach oben hin. Das ist der Creeper. Und... Es ist Spinne. So. Warte mal. Wenn ich die hier... Also hast du zehn weggesetzt. Ja. Wirklich? Ja. Achso, jetzt. Ach, scheiße. Dann müssten wir das Ganze praktisch auch noch zehn Blöcke Richtung Ausgang versetzen. Stimmt. Ich hab ne Idee. Wir fangen einfach mal am Ausgang an und bauen und das schon so in der Luft einmal rum. Irgendwie in der Luft. So, wir fangen jetzt hier einfach mal an. So, wenn das hier anfängt, ne. Nur dann ganz unten auf dem Boden, ne. Achso, ich könnte mal aus dem Sand hier also schon mal hier so ein bisschen Zenster machen. Aber wie viel brauchen wir dann? Äh, warte mal. Äh, eine Seite ist zweimal praktisch der Durchmesser. Und wir wollten... Wir wollten das Ganze... Wir haben zehn... Zweimal der Durchmesser? Äh, also würd ich sagen, machen wir einfach mal 20 eine Seite. Ach ne, es ist ungerade 21 eine Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn... Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf... ...sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hm. Find ich schon ein bisschen klein. Warte. Gut, aber der Eingang... Aber der Eingang zur Pyramid ist auch klein. Also von daher... Das ist meiner. Bitte schön. Achtung, da ist ein Creeper. I know. Also... Was machen wir? Wassen wir's bei den zehn? Wir machen noch zwei, drei... Äh, drei Blöcke dran am besten, oder? Okay, drei. Ähm... Eins... Äh... Spinner, geh weg. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr wie viel es war. Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... ...zwölf... ...drei, zehn. Wow! Nein! Ich hab's mal krank und dann mal abhauen. Ich fahr zu langsam beim Werkzeug... Oh, heil. Lol. Alter, hier geht ja voll die Party ab. So, was machen wir jetzt mit den gebuddelten Löchern? No, man müsste das noch mal zuschütten. Ja, ich fang mal an, bis ich das... Was soll ich hier hinten noch ein bisschen machen, wenn du hinten aufschüttest? Krabbe, noch einiges an Sand. Äh, verschwinde... ...verschwinde... ...verschwinde, verschwinde, verschwinde, verschwinde... Oh, mir fällt gerade ein, ich hab keine Rüstung. Was los? Der Sklett greift die Spinne an. Oh, jetzt habe ich einen Creeper-Boppis. Ja, du bist eine brave Spinne. Komm her, Sklett, komm her. Oh, der Spin greift mich schon nicht mal an, das ist schön. Wie wär das mit der KI von Skletten? Drei Blöcke weiter ist Wasser und das bleibt stehen. Ah, jetzt fängt es an, das Wasser zu laufen. Das sind Sklette, hallo, die haben keine Hirne mehr. Da kannst du so viel KI reinpumpen, wie du willst. Alter, so. Creeper, die sich wildchen und herporten. Äh, Creeper. Alter, Creeper, die wir teleportieren können. Traum 1 Punkt. Und, äh, nein. Ähm, so. Okay, so, dann das hier auch wieder ein bisschen wegsenden. Damit es natürlich aussieht. So. Okay. Ja, ich denke, du hast es mitbekommen. Ja, denke schon. Gut. Aber den Wisser haben wir gepackt. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon drei Folgen weiter, oder vier? Oder 25. Nein. So, komm, die Wand hier sendet sich grad mal schnell kurz weg. Oh, hier ist die Sand. So, und ich logge mir dann jetzt auch gleich mal aus von diesem Server. Und wir sehen uns zur nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und hier sind wir jetzt auch. Mit einem anfänglichen Standbild, okay. Soll ich noch weiterreden, oder? Ja, redet du mal weiter. Ähm, ja, wir haben die Wüste jetzt nochmal weggesmoost. Lass den Bogen stecken. Ich hab ein Feueraspekt-Schwert. Ich hab auch ein Feueraspekt-Schwert. Ich hab aber ein Zwört. Scheiße, das hab ich nicht. Naja, jetzt fangen wir halt an, die Dingens zu bauen. Die Dingens, die Dingens. Und Lukas hat anscheinend gar nicht der Essenspaus gekippt. Alter. Oh Mann. Was geht mit mir ab? Nix. Alter. Ich kann nicht mehr. So genau. Schauen. Achja. 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 Atme tief, Alter. Achja. Achja. hat sich gerade erledigt, so schön wo haben wir stehen geblieben? ja, dass wir jetzt die Pyramide bauen ok ach ja oh, es ist so ruhig ich hab was vergessen Playlist richtig so ne Schere hast du nicht zufälligerweise dabei, ne? für? ein bisschen totes Gebüsch abschneiden für was ist das denn? damit ich das in der Wüste platzieren kann als Deko falls man es mal braucht boah haben wir eigentlich noch Sandstone oder sowas? Sandmäßiges nur Smooth wer kam auf die Idee so viel Smooth zu machen? ich wusste, der Xamera war wieder noch wer kam auf die Idee? ja, eigentlich verwenden wir ja nix anderes äh, so dann brauche ich immer ein bisschen Sand ab ich auch huppala hilfe ach ja scheiße, ich hab jetzt aber nicht nachgeguckt, wie lange wir für den Wisser gebraucht haben ach, ist doch egal nicht lange da sind wir uns nämlich einig alter, bewege ich mich überhaupt voran ähm alter, ich äh lass, lass ich dafür vorher schon mal so'n Lachflash krieg wieso eigentlich? ich weiß es nicht irgendwas ist am Essen drin hundertprozentig okay, kurzes Statement wir sind nicht fett wir sind nur aufnahmesichtig und wir sind nicht drogenabhängig oder das weißt du nicht, ob ich drogen ja gut, hast du ihn nicht erwähnt wir sind Masse ey, gar nicht das muss ich jetzt ehrlich sagen ich bin absolut hundertprozentig non-alkoholiker me too naja, wird sich bestimmt erinnern ja, das sagt jeder am Anfang dann ist das doch irgendwann außer ich einige Jahre später äh, hä, äh nein, das war schon beim Nachdenken kurzerhand nicht mehr in der Arbeit in der Schule alles ist still, alles nur das Kratzverfüller äh, äh, äh Lukas, was machst du da? ich stinke ähm warte mal, was? ach scheiße, ich hatte ein Thema waa alter ich war's nicht ich hab'n See gefunden ähm 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 warte warte, ich bau ab ja, bau du da drin mal alles ab ich stüße Erde mitpullen ganz viel ach soo ne, dann und koppelst du ich wollte eigentlich ich koppelst dann abbauen dann hättest du nicht laufen müssen aber wenn du eh schon gehst ja, ich muss ihr noch Schaufeln holen und Schere ich hab'n mir doch zwei gegeben ja, die sind weg die sind schon, äh, abgebaut ich weiß nicht, ich hatte ein Thema waaah verdammt ähm soo äh 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 oh man nein, wir sind doch nicht irgendwie im Kopf krank oder so, nein äh 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 oh, hier hat jemand das falsche Item reingehängt ok was? ich guck so grad wieso haben wir neben der Graveldruhe einmal links und einmal rechts einen Flint im Item Frame wird schon nen Fehler haben wollt schon irgendwas machen genau ich hab jetzt die Schaufel das wollte ich hier mal kurz hier doch schnell die Treppe ansetzen kann man für Level 7 in der Bibliothek enchanten oder muss ich Fackeln setzen? Fackeln und kannst natürlich ein Glück haben, dass unter den ersten zwei dann wär das 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 ist Vielen Dank.